ja das war super ich bin in der falschen ecke wie sowas denn da ich krieg noch nicht mal die frames richtig gesetzt alter schwede ich hab die frames nicht richtig gesetzt nee ich krieg die frames hier nicht richtig gesetzt ich muss das wohl noch üben da oben diese eine war auf dem weg jetzt haben wir es wo bist du jetzt ich bin unser haus noch da komme ich jetzt aber auch nur mit trainen runter habe ich aber auf jeder seite schon gestellt könntest du eigentlich nutzen nehmen wir mal mit damit es nicht jemand als einladung sieht richtig wo bist du denn ich mache dir mal essen ich mache da was essen wohin wo kann man das hier machen hier wo bist du denn da schmeiß mal schnell hin das wissen einmal trinken noch danke dir wo gehen wir hin norden ja ich war auf jeden fall zuerst steine scheiße ich habe ein gefühl was du das jetzt mit dem holz jetzt überlege ich die ganze zeit wer das jetzt ist wenn ich überzähl aber dann wir machen jetzt einfach ganz grob das was wir sonst auch als erstes machen dass du wieder in rhythmus kommt das was eigentlich am ersten tag hätten machen müssen aber leider nicht ganz so geklappt hat wie wir es wollten ich mache zuerst mal holz ich werde die bandage werde ich ins inventar machen und das holz runter und die steine werde ich auch runter machen da habe ich keinen bock das zu verlieren hier ist ein nest ein ei super wo sich zwei links von dir da hinten der akten fritze würde ich eine beschreibung wenn du angeteckt muss die axt reparieren alter schede irgendwie bin ich noch nicht so richtig angekommen machen wir alles schon jetzt kriegen wir alles hin er hat Latte gesagt nach dem rest sparen fall ich habe die antwort nicht verstanden machen wir jetzt eine fort ja ok dann mache ich mich jetzt eine schaufel und buddelt schon mal dann hole ich uns eisen an dem schild ich versuche das einfach mal ok und lustig wie gesagt wir haben wir wollen spaß haben lassen sich einfach spaß haben einfach machen und dann kriegen wir das schon hin wie gesagt hier ist es nicht schlimm wenn wir sterben ja für uns ist das thema hier wird sei dank denn nicht noch nicht durch ich schauen wir mal hast du das haus mir eigentlich markiert wo die wurde was gehört hast ist auf der karte oben rechts das äußerste direkt an der ecke die hat mich gestand die duren muss ich werde ich jetzt mal gleich meine tools missing fähigkeiten und meine gerade sagen sagt mir was ich lernen soll ich habe jetzt noch nicht geländen werkzeug also tool machst du mach ich und du machst wachen und ich mache immer bis 100 mache ich mindestens beides okay und ich mache jetzt noch nicht das gehe ich jetzt auch bar wie heißt das bad mechanics so komm her mit einem moment schnell bist du ja was wo ihr metall an einem ort eingangs stellt ja ich muss noch ein paar sterne sammeln ich habe 50 ich 27 20 so alles gut alles gut die leveled theoretisch kannst du auch jetzt in bad mechanics machen damit wir mehr ressourcen kriegen wäre vielleicht besser wenn ich auch nicht ist auf deutsch keine ahnung ein seite mechanik aber das stimmt ja habe ich und dann clay 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 und steine da hast du ja die stoffel schon gemacht oder eine normale schaufel habe ich ja kannst du machen ich will nämlich so schnell wie möglich das zeug ins haus bringen das was direkt in der kirche haben das zeug das was wichtig ist am baumaterial hat mir erst mal ein güttel zum und den rest ist mir jetzt erst mal egal weil ich sag mal wir werden uns keine waffen kraften können großartig wir werden mit pfeil und bogen um rennen ja ist klar wie gesagt es ging um die pfeile metall oder händler wäre interessant händler wäre interessant was händler wäre vielleicht noch interessant sage händler wofür das was findet was man zum beispiel verkaufen kann kann man sich eventuell für wenig geld manchmal eine bessere waffe holen ach so weise oder eisen schreien ja zum beispiel da müssen wir erst mal was gutes finden weil ich glaube die elektroteile da die sind nicht so ergeblich glaube ich weiß wir müssen auch zum besuchen wir müssen häuser nutzen so ich habe jetzt gleich 300 clay waren wir hier nähe unseres hauses schon in eine wohnung drin gewesen ja ich war da schon ich war noch in keinem haus selbst kann ja jetzt brauche ich noch steine also ich hätte sonst 41 abzugeben falls du nö ich brauche mindestens 300 also reicht noch nicht ein paar brauchen wir für die ford selbst die stamina geht so schnell runter wenn du werkzeuge oder sowas schon kannst oder sowas wäre es ganz nice wenn du wenn du mal zu hause bist oder sowas mehr ich werde jetzt bis 200 steine kloppen und dann trage ich alles nach hause und bis dahin überlebe ich hoffentlich und bis dahin überlebe ich Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir Leder her, ne? Couches wäre nicht schlecht. Ja, ich bin ja schon dabei. Ja. 50 Brombe für die Forge. 50 Steine. Ja, dann reichen 150 Steine jetzt auch erstmal. Pfff. So, dann gehen wir mal ins Haus. Pfff. 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 Ich bin mit unserem Lootgott noch nicht so richtig zufrieden. Ja, ich auch nicht, aber was wir mal machen. Pfff. 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 was ich auch erst mal zu uns ins haus und bringen erst mal ja ich bin hier gerade noch mal ein hohes decken irgendwie ist das ein bisschen sehr unpraktikabel holy moly also brauchen wir jetzt noch leder leder habe ich leider nicht gefunden großartig bei uns 75 steile die schaufel mache ich wieder zurück kohle braucht kein mensch es ist bei mir aus und testen braucht keiner letzt braucht auch keiner haben wir schonmals munition für die fortschritten sondern läuft laufen sollte haben wir auf jeden fall ein bisschen was ich 50 fallspitzen oder 60 70 80 ich habe auch noch 300 dabei okay ich glaube ich bin beschossen was ich glaube ich wurde beschossen mit ein bogen oder so das schlecht wo bist du bist du jetzt gerade da im süden ja die ecke ja hier ist das heißt die sind hier in der nähe oder was auf jeden fall waren sich luten auf jeden fall er weiß ich habe schlecht geschossen ich habe nur acht schuss okay shit ja wir müssen jetzt auf jeden fall irgendwie trotzdem wieder weiter raus ich muss erst mal wieder ins haus kommen genau mach mal wie bist du jetzt hier zurückkommen immer den kamin hoch normalerweise nehme ich die frames dann direkt wieder weg damit es nicht so extrem auffällt ich gucke mal mehr oder weniger hier mal in die gegend ob irgendjemand da rumläuft bis jetzt sehe ich mal kann da haben wir jemand kaputt gemacht er ist der kill er ist der kill stimmt hast du gut gemacht der erste kill ist deiner den nimmt der keiner ich glaube das war der erste im ganzen turnier ja ich müsste auf jeden fall jetzt mal ein paar zombies noch killen weil ich punkte brauche beziehungsweise perken machen wir noch ein hütchen ich habe jetzt alles noch mal reingeschmissen von mir war auch ein bisschen essen weil ich nehme mal kurz eine hühnchenration haben wir wasser wasser müssen wir abkochen war weil wasser haben wir eigentlich müssten wir also jedenfalls gläser haben wir auf jeden fall genug ich habe drei leere gläser bei und eins mit wasser das muss ich aber auch gleich wir haben noch zwei trübel gläser wasser im container drin ok also jetzt habe ich getrunken jetzt habe ich wieder 65 wasser 40 essen ja und 15 leere gläser haben wir auch also wir müssten noch gucken dass wir noch mal wasser holen zum abkochen und jeder gläser nehme ich dann ja genau super hatte ich fülle 16 gläser so ist es wirklich nur das will ich auch mitnehmen 20 leere das ist einen haufen ja die muss noch einmal füllen und dann abkochen dass wir trinken haben und dann ist die nächste frage eigentlich tatsächlich nur essen erst mal noch das wird das erst mal haben also wir bräuchten eigentlich pfeile und leder jetzt erst mal genau pfeile leder ist schon mittag scheiße ja das ist kein problem ähm holz lege ich die auch noch mal drin dann haben wir schon mal 700 holz fast holz lege ich noch ein bisschen raus damit ich nicht so viel mittel schleppe und metall gehe ich dir dann auch noch mal drin ok dann machen wir mal schnell wieder richtung norden oder ich gucke jetzt erst immer mal um mich herum ob da irgendjemand rumläuft man weiß es ja nie leider nicht und das war und runter kommen wir ohne zu decken also ich nehme immer ein paar von den fans wieder mit hier in ordnung die richtung ist gut erst mal land ein so richtig strecke denk dran wenn du das machen kannst die besser als 25 ist ich bin da so moment stopp ich mach dir zwei da unten ist ein kriecher kein problem hast du schon hingeschmissen die akte warte warte da macht ruhig macht ruhig ansonsten können wir achtung 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 hat immer geschossen da hätte ich schießen und sich irgendwo schießt was auf uns aus und außen haus aus nach unten außen haus aus dem haus aus welchen auf denen geradezu aus dem haus geradezu über die straße rüber über die straße jetzt rechts das erste haus am fenster rechts am fenster hast du gesehen zwei mann in dem haus drin siehst du sie man sieht nicht ob man trifft ja vorsicht hinter die kriecher komm lass uns weg und jetzt ist jetzt gerade unnötig viel was wir hinter die kriecher ok getroffen scheiße ja ich hab doch gesagt lass uns doch einmal weg wo bist du jetzt hin dann guck auf und guck auf und ging es da oben ja die kommission daher wetten ja logisch kommt hinterher aber dann lass uns dann lass uns die wenigstens erwarten hier haben sie uns überrascht und das sind jetzt unnötig feiner weil es ist zu weit weg gewesen ist ja ich bin da unten ja im klären steine brauchen hast du einen fall geschossen ich habe jetzt gerade einen fall geschossen mutter hat nichts dran ich könnte sonst meine acht schuss noch nutzen und versuchen auch die da im haus zu ballern aber ich weiß nicht ob das waren ja wie gesagt zwei also sinnvoll ist vorsicht kommt gleich noch einer auch stein ohne ende ja denke dann nehme ich jetzt schnell weil ich nur noch 73 energie habe alles gut trinken habe ich allerdings auch nix das heißt da im haus entweder wohnen die dort ja das wäre schlecht wäre es nicht schlecht dann wissen wir wissen wo sie sind ja gut über diesen weg neben uns in der hinsicht wäre es schlecht das ist schon richtig aber aber im prinzip setzen wir alle auf mann lange wird schon weiter gelatscht ich habe noch ein nest gefunden mit 20 fallen ja sauber deswegen brauche ich stein ich habe auch noch 20 federn auch ein paar federn ist gar nicht mal so wenig snowberry habe ich noch das wird langsam eng mit dem trinken glaube ich wir brauchen wasser aber keine federn mehr da ist ein military camp soll man das mal das machen wir klar auf jeden fall hier ist ja wenn man damit schon leer ok ja das könnte von dir gewesen sein hier sind echt wenig steine weil ich habe gerade so ungefähr vorbeilaufen ist jetzt schwierig du wolltest mir noch eine stone ex vorher noch schnell hinschmeißen ja ja sauber ich danke dir okay ich habe wieder 100 prozent dauer ich mache mal eine neue ex alter ich habe noch ein pinkeller aber auch das kann man nicht genug haben essen trinken wie geht es da aus scheiße ich muss was trinken ich habe nur noch 2015 shit da sieht es bei mir eigentlich bestimmt auch gleich kacke aus mir sieht gut aus 83 und 44 also für unbedingt wasser aber wo ist hier was ja ich habe keinen plan und aufpassen ich weiß nicht ob hier sind hier gleich wien oder sowas zu rechnen oder war das ich habe keine ahnung ich bin noch auf keine miene getreten kann aber passieren bei dem glück weil ich heute habe auch ein bisschen rückendeckung zwei sekunden eine sekunde wo bist du okay aber leider viel schluss nur dazu ich muss gucken was die drinnen hat auch hier ist ein speichert ab ja sauber nimm die wir können hier okay wenn wir können wir willst du meinen meins meinen metall verstärkten klappt ja sehr gerne dann mache ich mal gerade hier ins haus rein die blaue kiste ja in der honig ist sauber ich danke dir okay ich mache den jetzt sofort in die gürtel rein also den gebe ich nicht mehr her so jetzt brauche ich habe 34 schuss ak-munition okay das ist immerhin etwas das ist immerhin etwas wir könnten versuchen gucken ob die noch im haus sind ja gucken ob wir die ist noch in der kiste weg pusten können wie sieht eigentlich bei dir mit pfeile aus 72 ich habe noch federn ich brauche nur steine ohne ende im schlumpfen hier ist überhaupt nichts drin muss mal wieder snowberries sind steine ich wusste steine ok die gebiet ist sehr gut zum erfüllen unser flaschen was irgendwas bei zum machen oder moment hier noch nicht wenn ich den hacken hier sind noch fünf fehlern die nehme ich mal gerade mit 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 ich habe 91 ich mache gerade noch eine schaufel kannst du mit pistole schießen willst du meine pistole mit acht schuss haben schießt eher schlicht von daher lass die mal bei dir ich brauche dringend was zu trinken ja nur fünf prozent sind das so schnell leider hast du zu hause nicht was getrunken ja aber ich war halt nicht voll ich habe nur ein glas getrunken bin gerade am schnee schaufeln und sauber kann man da wo sehe ich jetzt 44 44 würde von anfang erstmal ausweichen wenn du nach hause musst und schnell wasser kochen muss wegen trinken ja die frage ist nur jetzt wenn ich allein nach hause gehe kann sein dass sie zu zweit an und dann ich würde dich schützen versuche ich würde dann jetzt mal so langsam nach hause gehen ja warte ich muss dich sind da hatte mal ich muss dann noch kurz stamina aufbauen ja ich auch noch ich gehe schon mal so langsam richtung wie viel feiler hast du mittlerweile 72 ich habe 114 und 24 produktion okay ich kann teilnehmen dass du gerade holz geklopft ja hier ist noch immer das schon immer noch nicht 14 fehler noch okay ansonsten ich habe auch noch ein bisschen stein in meinem inventar drin ich muss langsam gas geben hier zwei prozent essen er trinkt nur noch das geht schneller runter ja die hält aber nicht aber die bricht erst mal prozent dass es nicht nur beim essen da vorne läuft die man drum bist du das nicht vor mir jetzt ich springe okay du bist schon vor mir wir müssen gummi geben ein prozent scheiße ich bin dabei und wenn wir nicht wissen wäre es hoch springen okay gut dass mir das jetzt auffällt dass das so schnell runter geht warum gibt es so schnell bei dir ich würde sagen ich weiß es nicht ich hätte gesagt da hat jemand dran rum gebastelt maybe bei null bin ich jetzt schon das geht definitiv schneller um als normal ich hätte eher so meine bedenken dass ich schnell genug aufs haus aufkommen ich mach mal ein paar holz frames damit ich direkt hoch kann natürlich mit der gefahr dass mir jemand hinterher rutscht ist egal ist egal ich bin hinter dir alles ist gut ich schleiche mal wir müssen zum haus naja wir brauchen nicht den wir brauchen dich nicht als toter es geht sehr schnell runter scheiße ja deswegen ist wir brauchen dich nicht als toter kommen ich weiß gerade nicht wo es haus ist das haben wir noch markiert ist doch dein wetter wo liegt doch da ja schnauze du müsstest doch das haus hier vorne ist es doch da na ja das ist das oah sammer shit er läuft das dritte ja da war sie trunken bin dabei ich hatte zum glück noch normales empty can dabei dann machen wir jetzt mal hier bottled water 20 stück sind am laufen ich bin jetzt hier an den 30 grad an kann aber ich versuche noch mal irgendwas zu finden ja essen oder sowas wäre ja nice ich mache mal hierzu damit ich wenigstens für dass jemand die frames wegnimmt das hat man schon mal drei leute mit einem kill und ich bin mit zombies immer noch hinten scheiße es geht um die zombies geht es ja nicht ja aber ich brauche ja zombies zum punkte machen punkte zum perken deswegen brauchen loot oder waffen damit weil vom looten selbst kriegst du nicht wirklich punkte weil ich wollte ich hätte gerne hunderter bogen das ist halt das ziel weil der hat definitiv mehr durchschlagskraft als ein 50er wenn ich mal wenn ich mal treffen sollte sagen wir so im krankenhaus was im krankenhaus sind die sind sie ja hundertprozentig safe call okay ganz sicherer safe call da hat mich gerade im krankenhaus wollte er nämlich gerade looten gehen und da viele entschütze das waren okay definitiv kein okay bräu wolf schon wieder okay die sind da wahrscheinlich im krankenhaus ziemlich dicht durcheinander ja bräu wolf hat zwei kills wow und mucki zwei und ich bin wieder letzter im leveln wie so viele auch noch noch vier vier wasser dann mache ich mal wieder normal abgekochtes wasser dann haben wir zumindest mal was zu trinken ich nehme dann aber auch das trinken teilweise mit weil wie gesagt man weiß nie wer hier vorbei latscht aus versehen und uns dann mal looted dann haben wir sowieso verschließen aber egal nach die uhr 30 ok 20 jahre und da ich hier so schön laut lautsprecher ja klar so einen schönen lüfter sound habt der ziemlich laut ist höre ich jetzt zum beispiel auch nicht wenn jetzt draußen im haus irgendjemand aus dem haus raus im baumfeld oder so ich höre hier nur als feuer knistern aber so ist das dann wasser läuft jetzt durch und zwar zu wenig ich muss noch ein kleines raum setzen so ein übel öl ist dass ich nicht zu essen für uns finden wir haben kein problem mit dem essen weil wir kein fleisch oder sonst was haben ja das ist eigentlich das größte problem ich habe noch 26 food und guck mal hin wie viel wir noch zu essen haben das sind durch unsere dosen was ja nicht drei kennen 6 kind of chili haben wir noch ist nicht die bringen uns ja erst mal was die helfen uns erst mal ein stück zwei sandwiches haben wir noch wie lange hält so eine lebensmittelvergiftung an keine ahnung zwei drei minuten weil er muss sich in der nacht und eine suppe haben wir noch deswegen ist es nicht viel ich meine die in die sache es winkt ja erst mal ein bisschen was dürfte ungefähr bis zum nächsten tag 8 9 uhr reichen dann wird es eng so ich habe jetzt mal acht wasser dabei 13 laufen noch aus und ich esse jetzt ein sandwich ich bin vergiftet kann es mal die uhr stoppen 20 48 jetzt vergiftung mal gucken wie lange hält eins ist so was im kacke ist es sind uns ein welches punkt aber das ist jetzt hier und heute nicht ganz so drastisch wie sieht es eigentlich aus mit unserer produktion fortschritt so uns fehlt leder ok ich habe bringt das mit ok hier ist bloß 3 gut dann fehlt nicht mehr ganz so viel hier fehlt hier haben wir sieben und rüber ich traue mich nicht mehr wenn gleich weil man was kostet der bello ist der bello ist durfte das zähne kosten oder der kostet 20 leder so ein bisschen heimlich also fehlt uns noch 13 mit den sieben hier drin und wenn du jetzt noch ein paar mitbringst fehlt uns nicht mehr ganz 13 so viel zum mathe kenntnissen wasser mal noch in die kiste nehmen wir noch zwei chili weg und macht mich mal mit essen und trinken voll ok ich mache mich nicht voll wir haben zu wenig viel liefst und vorgemacht bei 71 prozent so meine vergiftung ist schon weg ist es 21 39 das war wie viel ging gehen 30 minuten ungefähr halbe stunde ja ich mache mal hier wieder zu also wir haben ja wasser mit mehr als sie noch wasser da danke princess für den tipp die könnten uns doch eigentlich unsere eier die wir da haben noch kommen wir haben zwölf eier wegen essen eier bringen aber nicht so wahnsinnig viel ne wir haben zwölf eier fünf 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 dingser bumse dadurch dass wenn er fünf anzeigt die meisten sechs oder sieben bekommen ich mache noch wasser nach warte mal ich habe ja noch zeug hier wir können sagen wir haben noch sechs gläser wie ich gesehen habe ich brauche noch ein paar frames hast du noch warte mal jetzt nicht so viel bewegen und sonst sind welche vier beurte worte ich habe ich habe sonst noch warte mal ich habe das eben gerade drin gepackt wo ist denn jetzt hin wir müssen ja mal sortieren ich baue mal eine neue kiste drei wasser sind hier drin noch jetzt kriegen wir aber action hier das schlecht müssen sehr schlecht ich glaube das war noch oder das sind wir dagegen nach von unten kommenden gesichert wir haben jetzt in der hinsicht gesichert ja also der sich dass ich so ein bisschen hochkommen also hochkommen sie so schnell nicht aber auch kaputt machen könnte da unten war das ja das ist nicht schlimm waren das ganz aber wohl überstehen so elektrik geparkt brauchen wir nicht können wir zu mit teil machen können wir nicht zu mit teil machen schaden weg wie gesagt wollte ich ein acht liere gläser dann mache ich mal noch ein bisschen schnee hier rein in die kiste ist gestorben also das das ist gut ja das ist für uns ist das gut weil der freund jemand umgebracht und dann müsste jetzt dementsprechend müssten wir im moment gehen sein die positive nehmen ok hat auch noch eine positive statistik